In dieser Trainingseinheit befassen wir uns mit den Fliesenschneidern PTC 470 und PTC 640 von Bosch. Die Fliesenschneider von Bosch sind die perfekten Alternativen, um einfach und schnell Fliesen zu schneiden, wenn es leise, sauber und ohne Strom gehen muss. Beide Fliesenschneider sind für die Bearbeitung von bis zu 12 mm dicken Fliesen für den Innen- und Aussenbereich geeignet. Für exakte Schnitte hilft die zweigeteilte Skala sowie der Parallel- und Winkelanschlag. Der PTC 470 schneidet alle Fliesen bis zu einer Plattenbreite von 470 mm bei 90 Grad und bis zu 330 mm bei 45 Grad Schnitten. Der PTC 640 schneidet bis zu einer Plattenbreite von 640 mm bei 90 Grad und 450 mm bei 45 Grad. Mit der stabilen Führungsschiene kann man in einem Arbeitsgang die Fliese stufenlos einklemmen und schneiden. Ohne Zwischenschritt kann man am Ende des Schnitts die Brechhilfe herunterklappen und die Fliese sicher und einfach brechen. Einen sicheren Halt gewährleistet dabei die Anti-Rutschausführung. Bei 45 Grad Schnitten sollte man die Brechhilfe nicht ganz am Rand ansetzen. Der PTC 640 besitzt zusätzlich eine Längenbegrenzung, um Serienschnitte einfacher und schneller durchführen zu können, sowie Verlängerungen für grössere Fliesen. Eine hohe Präzision und Standzeit des Schneiderrads ist durch die Titaniumbeschichtung gewährleistet. Bei Beschädigung des Schneiderrads kann man diese schnell mit wenigen Handgriffen austauschen. Sind die Fliesenschneider zum Transport gesichert, kann man sie an den Haltegriffen bequem tragen. Und nun viel Spass mit den Fliesenschneidern PTC 470 und PTC 640 von Bosch. Spass mit den Fliesenschneidern PTC 740 und PTC 560.